er wollte nicht reagieren muss uns wieder mal löschen ich muss ja auch sagen das game er reagiert jetzt dass wir gehen mein browser folge vorgelegt ich habe mit bekommen dass das spiel gestaltet er sollte man pause knopf geben zum beispiel escape was ist da passiert hast du es gelb gedrückt ja weil wir es passiert da geht es auch mit zurück wir müssen dazu schnell wieder hier rein ach so kann man also unabsichtlich darauf kommt warum machst du das weg denn da ist ja immer ewigkeiten falsche richtung warten dreistigkeit gewinnt das war richtig also die ecke die ecke und du hast gemacht oder das schaffe ich ja da schaffe ich so ein manöver und dann da da kommt dann die dampfweite so dass du noch mal auch fett wer ist gewonnen ich hätte gesagt weil meine farbe oben ist bei mir oder ist dann über die oben gewesen meine war unten ist das überhaupt ich komme und rette dich wuuhh habe ich schön gemacht oder ja das wäre doch viel lustiger wenn da eine lücke durchgeht ja da kommt es nicht da kommt es nicht durch da kommt es nicht vergiss ist klar kommt ich habe dir geholfen weil ich wäre auch so ein da kommt auch so durch die lücke ist breit genug da wäre es nicht durchgekommen habe ich schon oft genug geschafft solchen scheiß das schaffst du nicht das hast du nicht dass ich nicht schaffe das schaffe ich hätte es anders teilen müssen es hätte geklappt vielleicht hätte es anders geteilt oder gefahren das mal eben tweet ab schaffe ich das schaffe ich schaffe ich schaffe ich wir sind zu viel warten kommen die anderen jetzt ja ich glaube so jetzt habe ich einfach mal nebenbei angefangen das auf youtube zu stream doch ein pixel wahrscheinlich nein alle pixel waren drumherum schwarz nein nein wo war das anders egal ach fuck hätte die andere lücke genommen ich glaube die sind nicht so leicht zu beeinflussen wie du so wahrscheinlich auch so welche die den ganzen tag nichts anderes in ihrem leben machen scheiße wer hat das denn eingefahren bin ich auch wohl schlecht ja da war ich kurz am handy weil ich noch dachte so nicht wieder angefangen scheiße ist nicht passiert das hat er nicht gibt gleichzeitig handy spiel und das jetzt das geht einfach nicht gut was ich weiß ich versuche und wenn die noch irgendwas zu machen nein 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 hör auf scheiße ach du warst das nicht nochmal alter wie soll das denn klappen guck mal was ich noch geschafft hab da unten das wäre mal auch irgendwo rein zu spritzen oder was mhm 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 Nein! Twitter, du bist scheiß Ablenkung. Guck mal, hier ist das Radiergurig-Ding jetzt, aber ich will es nicht benutzen. Ich benutze es nur, wenn ich es muss. Der Brüder ist aber auch in der Marken. Hä? Guck mal nicht. Äh, weiß nicht. Guck nicht. Ich wusste nicht, was es ist. Lass gucken, wenn man kurz einen Tweet ablässt. Wenn man kurz einen ablässt. Okay. Scheiße. Ja, das ist einfach schon Spaß, so. Und wer nicht. Und dann ist auch dumm. Kann doch nicht sein, als ob. Nur che- Das ist einfach noch maths. Warum? Warum? Was denn? Kim vermisst die Zeit in... Geht's bei dir weiter? Ja, ich bin verreckt. Weil ich zu weit unten war. Also ich konnte die Kurve nicht rechtzeitig nehmen. Hä, bei mir ist immer... Hier, du musst einmal aufs Bild wieder draufklicken mit der Maus. Nein, nein, ich kann... Ich seh gar nicht, erst die Punkte bewegen sich bei mir gar nicht erst. Du bist doch der Host. Was geht denn bei dir? Rejoin. Kim vermisst die Zeit in der... In der nicht über sowas geredet wurde untereinander. Oh, alter. Was für ein Lack. Hä, bei mir lehrt er die Spieler nicht mehr. Player is loading die ganze Zeit. Wo soll man neu starten? Ich will aber nicht. Ich mein, das Spiel funktioniert ja. Player is loading und so weiter. Aber... He, jetzt hab ich mir so langsam. Handy bedienen und spielen. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Und... Hat wieder... Okay, hat geladen. Funktioniert wieder. Boah, hast du Glück gehabt. Ohne auf... Ohne auf den PC zu gucken. Du warst so... Lucky. Ja, jetzt... Jetzt, jetzt, jetzt diesmal nicht. Oh, ja, jetzt hab ich nicht hingeguckt. Oh. Oh. Und reagiert wohl jemand von deinen Fans auf den Tweet. Ach, komm schon. Und bei mir siehst du, wie weit... Äh, ein Pixel ist. Live auf Curve Feather. Live auf YouTube. Curve Feather. Ich gönne mir jetzt den Stream, Alter. Sogar ein 1080p, glaub ich. Kann sein, dass... Nur die Bitrate vielleicht eingepasst werden müsste. Hm. Ach, jetzt bin ich der Host. Da, da... Nothing. Alter. War Regenbogen. Er ist... Er ist Premium bestimmt. Äh, keine Ahnung. Er hat 41% Winchance. Äh, Rate. Und wir haben 0. Okay, okay. Langsam können wir starten. Wir können rein. Ach komm, ich start einfach. 5... 4... 3... 2... 1... Go! Ich glaube, ich hatte sogar einen Stream oben in, äh, in die Infokarte reingepackt. Besuche, äh... Dein Jenny. Ah. Cool. Roland, spielst du mit Curfever? Nein. Live auf YouTube. Warum nicht? Es ist voll witzig, Mann. Ach, shit. Das macht nur mit mehr Leuten Spaß. Ähm. Wir sind doch zu fünft schon irgendwie. Nur fünft? Ja. Und es kommen immer mehr Leute. Flor hat auch einen Tweet abgelassen. Wollte eigentlich jetzt Black Mesa spielen. Ich wollte eigentlich mit meinem Penis spielen. Und trotzdem spiele ich jetzt Curfever, Roland. Los! Das ist dein Problem. Wenn du mit deinem Penis spielen willst, dann spiel mit deinem Penis. Bin dabei! So. Oh cool, das ist der G-Man. Okay. Warum ist nichts im Graus? Hä? Hä? Ich kann mich nicht mehr bewegen! W crec! wehähähähäh. Scheisse. Aber Давай hoch! Mann, bin ich dumm. Ich bin auch dumm. War doch nur so ein kleines Ding. Ja. Ich wollte mich nicht entscheiden, ob ich links oder rechts vorbeifahre. Wo bin ich? Alter. Oh Gott. Das muss sein, jetzt alle noch stauen und dann verrecken. Oh Gott, ich hab's überlebt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin dumm. Nein. Ah, hab noch ein Reichen ausgeschaltet. Das Grün will ich jetzt nicht ausschalten. Das Grün will ich jetzt nicht ausschalten. Nein. Ah, hab noch ein Reichen ausgeschaltet. Grün wird dich töten. Nein. Grün kann mich nicht töten. Ah. Wollst du das durch? Nein. Es wurde umgedreht. Scheiße, ich wollte in die andere Richtung. Ich hab's aber geschafft. Ich hab's verlängert. Hat der eine da... Das ist das Regenbogen-Ding. Scheiße, das passt nicht. Leck mich am Arsch. Fuck, ist das fast gepasst. Egal, drei Punkte bekommen die Runde. Äh. Okay. 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 Okay, wie ApoRed immer sagt. ApoRed, der Opa. ApoRed. ApoRed. Ob ApoRed wohl eine Red-Kamera benutzt? Wert, 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 Wert. Ja! Nein. Warum schreibst du Yellow in den Chat? Grün ist Rot. Eins in der Grumen. Das war ja schlecht. Ach, diese Lücke kommt auch immer im falschen Moment. Scheiße! Ah! Wärst du doch noch in mich rein. Ich hab... Shit, ich hab... Nein! Wie? Nein! Fuck! Da wird ich abgeschnitten. Scheiße! Ja, jetzt hast du gewonnen, ey. Nö, der andere hat viel mehr Platz. Ach, komm. Besuch ich immer. Ich mein, du hast allgemein gewonnen, denk ich. Nein, das sind 40 Punkte. Oh, yo. Irrzig, yo. Fuck! Das... Ich hab ge... Da... Egal. Das war Dämlichkeit. Beide 29. Ich und der Grüne. Grün ausgradiert. Grün... Ach, klingt ausgradiert. Gib Aids ne Chance. Gib Aids ne Chance. Mach Kondome kaputt. Oder was? Mhm. Ja, hab so ne Els-Schleife gemacht. Hoffentlich machst du's nicht so wie die bei The Grand Tour. Ein Track, der aussieht, also ne Rennstrecke, die aussieht wie das Ebola-Virus. Ohohohoho. Das haben die echt gemacht. Das haben die echt gemacht. Warum? Nein! Wie schnell du mich an... Ich hab... Ich hab mich noch langsamer gemacht, als ich schon war und dann hab ich dich boostet. Ja, und ich hab selbst nochmal einen Boost aufgesammelt. Das, als du ja sehen bist. Uuuuuh. Ich hab's auch gesehen. Ich hab das so nix. Was ist das hier für ein Power-Up? Das? Weiß ich nicht mehr. Alter, diese Lücke, ich hätte dich nach unten gelenkt, hätte ich's geschafft. Der Stream hat keinen Zuschauer. Echt? Egal. Doof. Du willst auch langsamer werden? Du bist ein Arschloch! Grün ist auch an dir krepiert. Alter, wie ist denn der da mit krepiert? Ist okay. Jetzt muss ich Erster werden, damit ich noch gewinne. Haha, ja. Und ich muss alles außer Letztes... Nee, ich kann nur gewinnen, wenn... Siehste? Hm... Ich kann nur gewinnen. Ich hab schon gewonnen. Ich glaub... Ja, jetzt sind die... Jetzt sind die rausgegangen. Ich glaub, wer von uns jetzt die Runde gewinnt, hat komplett gewonnen. Ich hab dich schon gewonnen. Ich hab dich schon gewonnen. Guck mal. Ja, aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt Erster werden würde... Guck mal. Ach so. Hä? Die Punkte wurden schon zugerechnet, weil die weg sind. Oh, ist ja kacke. Das ist immer. Sobald einer fahrt, kriegst du die Punkte. Hm... Siehste? Jetzt kriegst du... 40 Punkte. Ich hab 42. Witzig. Scheiße, was für ne Scheiße, Mann. Der Kacke. Von Kacke her. Wollen soll man mitspielen? Warte... Ähm... Twitter... Dann antworte ich noch mit was anderem. Mit dem Quick-Join-Link. So, dann schick ich den Link nochmal kurz in den DNS einfach rein. Nicht wirklich Zuschauer. Okay, so. Wieder... Nein! Ihr seht den Browser geschlossen. Egal, dann zurück ich selbst auf den Quick-Join-Link. Ich hab den Browser geschlossen. Ich bin noch zu dämlich. Warum hab ich den Browser geschlossen? Ich hab den Browser geschlossen. Okay. Okay, Start-Game. Wir sind voll. Okay, okay. Komm rein, komm rein. Schnell, 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 schnell. Ja... So... Einer kann noch. Okay. Jetzt voll vorbei. Egal, ich starte. 4... 3... 2... 1... Go! Warum hast du denn einerlich nen Totenkopf? Ich bin grün. Ich bin grün. Ich bin weiterhin gelb. Hast du das eingesammelt? Nein. Ich bin grün. Scheiße. Ach, Scheiße. Alter, so viele Linien, die sich bewegen. Haha. Stell dir vor, wie immer das auf dem kleinen Feld steht. Ne, wenn du das scale machst mit so vielen Leuten, das ist immer das große. So. Martin, mach mir immer ne Lücke rein. Scheiße. Du kannst nur zurückfahren. Hahaha. Der kommt jetzt easy durch. Wir sind schlecht. Hm. Boah, diese Musik, aber egal. Ich mach grad voll den Turn-Up. Ja. Ist nicht wahr! Ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr durch. St70g Oh, Scheiße, egal. ich watche jetzt meinen Stream während ich das spiele. Du watche deinen eigenen Stream. Ja, auf dem Handy, im Stativ. Alles am wenigsten auf 1080p gestellt im Stream. Am Handy. Ja, hat sie auf automatisch 27 erreicht. Mah! Jetzt hat mein Handy vibriert. Ob das geht, wird jetzt. Aber irgendwie sieht das im Stream so aus, als wäre es mal ein kurzes Standbild zwischendurch. Ja, ich hab ihn gejettet. Ich weiß schon, warum er einen Totenkopf vor seinem Namen hat. Ist ja so gut. Ja, er gewinnt auf jeden Fall. Bin ich? Ach, tot. Okay. Oder? Ja. Ja. Ich sollte vielleicht nicht mit einer Bitrate von 15.000 streamen. Scheiße. Warum nicht? Warum nicht. 2.500 reicht aus, Martin. Ich hab's irgendwie vergessen umzustellen. Martin, Martin, Martin! Ah, der geht gleich aus! Ja. Kurz ein Stream neu gestartet. Mit einer anderen Bitrate. Gewonnen. Easy. Er war kurz als Übergangseffekt, äh, 10.000 Millisekunden Überblendung gemacht, damit es schnell, äh, damit ich schnell wechseln kann. Ey, 10.000 Millisekunden. Also ganz, ganz langsam geht das Bild rüber. Ey, wenn du wüsstest, was ich als, äh, please wait, also ich hab einfach so eine kleine Szene oder so ein Bild noch reingepackt, so mit please wait und so. Ja. Hintergrund ist so eine, ähm, schwarz-weiße Spirale, die sich dreht und dann fährt er auf einmal die ganze Zeit so ein Zug durch. Scheiße, Mann! Ah, das ist geil! Nein! Jetzt hab ich verkackt. Nein! Wer?! Eher zuerst, oder?! Ja! Geil! Boah! Warten! Bewegen! Ich bin slow, das geht. Ein bisschen zu slow. Ich bin slow. Scheiße, er wollte mich abschneiden hier. Passe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Ah, fuck. Hätte vorher starten müssen. Ein bisschen zu slow. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Nein! Okay. Aber mit der... Jetzt habe ich nur 3500 als Bitrate. Jetzt läuft das Streamer flüssig. Was für ein Wunder, oder? Scheiße! Wer hat dieses Ding eingesammelt? Keine Ahnung, ich nicht. Ah, fuck. Da bin ich jetzt aber auch drauf verreckt. Boah, ich habe einen Lasso gemacht. So eine Schlaufe. Ich habe einen Haken gemacht. Aber bitte ohne Kreuz. Wo bin ich? Ich habe mal rausgekommen. Ich habe es mal wieder reingeschafft, ey. Ey, ich sollte nicht versuchen, irgendwann mein Handy zu spielen. Das ist nämlich alles verzögert. Was soll das? Guck dir das an, ich habe keine Chance. Hättest vorher... Hättest du eine Lücke haben müssen mit einer Lücke und einer rechts. Aber das ist dann auch nur einfach... Komm, ich mache es jetzt und dann verreckst du vielleicht... Sehr wahrscheinlich. User disconnected from your terminal. Is Ronald disconnected? Ja. So klar. Hat die Verbindung getrennt und zwar... Ja, er hat die Verbindung getrennt. Wie? Nicht einfach... Nee, nicht einfach raus. Getrennt hat er die Verbindung, ne? 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 1... Go! Oh, fuck. Äh! Was? Guckt mich schon blau an? Wer sind wir hin rein? Hey, ich will auf die nächste Sitzung warten. Ah, was war das denn jetzt? Schön, dass ihr eine Laberecke für Anti-W-OT habt. Ich habe sogar umbenannt. Hehehe. Weil... Ich hasse World of Tanks und du? Ich auch. Und ich sag's mal so, Robin und Henrik haben da schon genug Echtgeld reingesteckt. Warum... Weißt du, jetzt sagst du hier grad so im Livestream, ich hasse W.O.T. und auf einmal kommt so Wargaming an. Willst du von W.O.T. gesponsert werden? Hm, Livestream. Tasse W.O.T. 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 Guck dir mal meine Moves an. Ich leb gefährlich, alter! Wuh. Er ist heimlich! Ist das denn? Oh, fuck. Beste Hintergrundmusik im Stream. Die vom Spiel. Was frisst du denn gerade? Bonbon. Und Husten. Hast du Husten? Nö. Drogen! Ey. Im Ausbildungszentrum, da gab's bis vor einem halben Jahr, da wo ich auch manchmal bin, so ein Meister weißt du, was der im Verbandskasten hatte? Eine Jägermeisterflasche. Hehehe. Der war durchgehend blau. Der hat dann immer so... Der ist jetzt in Rente. Und der hatte auch immer so ein Bonbon im Mund, damit er so sagen konnte, Ich rede nur so kacke, weil ich einen Bonbon im Mund hab. Das ist ein AFK-Channel, Adhenny. Ah. Extra für Chris. Ja, es gibt mittlerweile auch Leute hier, die schon mal auf dem TS sind, die eine VR-Brille haben. Eine Oculus Rift. Eine Oculus? Mhm. Damit du mit Facebook auch noch alles sehen kannst, was du im VR machst. Aber das integrierte Mikrofon von der Oculus Rift ist gewöhnungsbedürftig. Da ist ein Mikrofon? Ja, das Mikrofon bei. Und auch Kopfhörer. Die Kopfhörer kannst du zwar abmachen und deine eigene benutzen, aber du kannst auch die benutzen. Okay. Das Mikrofon ist nicht gut oder was? Es ist jetzt nicht kacke, aber ich mag den Sound davon nicht. Da hör... ähm... Das hat fast keinen Bass. Also keinen Tiefen. Mhm. Ich hab gegen den geilen Guten gewonnen, ja. Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Das ist nicht wahr. Ich... ich bin zu Risky. Ah, der YouTube-Team, der hat... äh... einiges an Verzögerung. Das ist meistens eine komplette Runde. Wenn's ein kurzer ist. Dann sag ich jetzt schon mal Hallo. So den Leuten, die jetzt um 22.45 Uhr gucken. Ich sag Hallo in... in die Zukunft. Oder sag ich... eigentlich theoretisch Hallo in die Vergangenheit. Ja, ich glaub das ist eher... Aber wenn ich jetzt Hallo sage, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, in die Zukunft. Ja, in die Zukunft. Die in dem Moment, in den... in der Zukunft sind. Das war verrückend. Boah, ich muss eigentlich voll aufs Klo. Just do it. Wofür gibt's Flaschen? Trink dein Orangensaft leer. Ne, ich pinke da jetzt nicht rein. Ich bin kein Suzie. Ja, muss ja auch nicht leer trinken. Reinpinkeln. Ich bin kein Suzie. Ach, scheiße. Hä, hä, häker. Pciess in my kurz. Ey Flo, was hab ich gemacht habt letztens? Nein, keine Ahnung. mir extra ein USB-C hab gekauft, damit ich endlich mal den USB-C-Port an meinem PC benutzen kann. Okay. Nur damit du ihn benutzen kannst. Mhm. Okay. Dadurch kann ich theoretisch 256 weitere Geräte anschließen. 256 gleichzeitig haben wir es nicht. Also über ein USB-Port können 256 Geräte angeschlossen werden. Aber die Hubs zählen meistens auch als Geräte. Warum können da so viele Geräte angeschlossen werden? Weil es theoretisch möglich ist. Aber es kann auch sein, dass ein USB-Port am Gehäuse zum Beispiel über einen eigentlichen Port läuft. Auf dem Mainboard. Rundenverlängerung. Können wir den Speed? Warten, komm. Können wir den Speed? Wuh! Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet so schnell. Verstehst du so schnell? Hehehe, Wartels. Warte mal. Habe ich kein Lachen? Was? Ich habe das auch? Moment. Da habe ich Musik drauf, okay? Lord. Was habe ich auf dem Hotkey? Was habe ich hier? Musik. Wieso habe ich hier Musik drauf? Na gut. D-d-d-d-d-d-d-d .. Ich gehe jetzt aufs Flo. Oder das. Ich gehe jetzt vom TS. Vielen Dank. 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 5, 4, 3, 2, 1, go. Ah, so weit ist es kein Verzögert. Also, jetzt gerade ist das Player's Leading jetzt im Stream wieder zurück im Hoppenews. Jetzt geht es gerade im Stream wieder los. Nein. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! es gucken gerade vier leute den stream also wahrscheinlich drei leute weil ich ja auch gucke alles klar guten tag ich könnte natürlich auch den link für den live schlitz raussuchen aber den live schlitz raussuchen könnte ich auch lassen handy was ist denn jetzt für eine meldung rausgekloppt oh alter der typ will mich er will verarschen er will mich voll flanken hier gerade ja 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 da auf dem Ich bin dead! Ähm... Scheiße. Geil. Nein. Scheiße. Leid geworden. Wie schnell ging das denn diesmal? Es hat gelaggt! Es hat gelaggt! Bei dir selber. Ja! Ja! G-Ghost. Get Dedos. Mhm. Roland Dedos mich, weil er nicht will, dass wir... Dass ich Curve Hammer spiele. Warten bis der Arschloch. Ja. Martin? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Schon wieder? Oder war es gerade nur Radiogummi? Nur Radiogummi. Ja. 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 Sonst nett hast du es für. Und du hast mehr Platz scheiße! mehr platz ist es jetzt bräuchte platz ja was soll ich denn ich habe jetzt war habe ich verbunden ich wollte gerade schon sagen was macht gelb da aber was bist du scheiße ich bin nicht kompetent und so ich geb den t versuch nicht mit einer bitrate von 15.000 zu streamen ich versuche gar nicht erst das dream scheiße oder richtig also ich kann mich beim upload nicht beschweren ich kann den full hd streamen da war eine linie kann doch sein nein da war eine linie war eingeschlossen jetzt sind wir noch zu zweit ja free points jetzt ist safe win ja und zwar in paar sekunden jetzt wie sie ist ist getrackt was es wurde auf 43 verlängert achso match point komm da hatten wir mal alleine NEIN NEIN 45 das kann man doch nicht mehr gewinnen das geht doch jetzt ewig so weiter auf 47 verlängert egal das geht jetzt ewig so weiter mal gucken ob das spiel da irgendein ausblick war das kann nur zu ende gehen in denen einer elendig an so ein fifa kackt oder nicht habe ich jetzt nicht gewonnen ich hab 49 du hast 8 jetzt ja match point geht auf 50 hoch hat er gesagt das geht nicht so weiter wird einer selbst vorher so wie verkackt also nicht mehr existierenden jetzt geht es wieder hoch ich hatte 53 wir haben ein bug gefahren jetzt geht es wow ok ich glaube es war aber ein ziemlicher bug den wir da hatten oder kann sein oder es war gewollt dass es bis auf 50 dann da ich gehe jetzt weg ich will sie okay ja das ist auf die hause also guck mal jetzt gleich kurz ins team rein was ich da jetzt einblende ok hatte und jetzt hier aus was ist das ja warte ich muss ein kurze youtube gehen könnte natürlich auch auf twitter gehen hat es auch gepostet eigentlich aber es ist ja mein kanal ich trottel marten hermanns na ja ich bin jetzt hast du was ist das ok das ist ein schießt über ein vor allem diese schrift an den zug angepasst und das war tragisch von hd habe ja nicht irgendwelche verworfene frames null besser als ich der bei dem die kodierung überlastet ist oder mit was kunde ich gerade eigentlich prozessor damit grafikkarte ich kunde gerade mit meiner grafikkarte ich ja ich kundige auch mit grafikkarte ich könnte auch die interne grafikkarte nehmen ja ich benutze im codec den entweder